Juhu! Herzlich willkommen zu einem weiteren Band von der Supermarie Pratsby! Hallo! Hallo! Schick, ja schön! Also, wie mein Oberarm wieder Superstock-mäßig ist. Superstock-Loschi! Superstock-Loschi! Ja, aber da kann ich echt nichts dafür, wenn es halt wirklich ein Stock ist. Da unten ist was, wa? Hier ist was. Ah, da ist echt nichts! Ah! Die Verhacken! Ja, gibts mir doch! Sorry! Mein Leben war fast zu Ende. Aber du? Fast. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nur das trägt den Bild nicht! Ja, ist halt toll! Oh ja! Pfff! Pschinkie! Pschinkie! Ach, ich kann das direkt mal. Boah, boah! Das ist doch drei Jahre, wie so olle Münzen! Not Wurffet! Give it to me, am Wurffet! He Rap is the Heal! Pishin! Oh Gott! Est ya OF MEGA knapp! Ich hab alle umge ... Oh, warte! Ich muss echt mal unter Jung prés. Ha! Boah, der hat fast geblowt! Super gefährlich! Sliss a Batten fails! Was ist das hier eigentlich doch mal? Was soll das hier werden? Äh, da machst du auch das andere Level und dann wird das alles umgedreht. Tagen ziehen! Da wird das All-Around geturnt. Oh Gott, das wird ja super schön. Achso, nee. Ich dachte, wir müssen über den Koopa springen. So, yeah, zu dritt. Nee, zu dritt doch nicht. Das ist so stupide. Ab da unten ist was, genau. Ja, geil. Könnt ihr das? Ja, klar. Ja, klar. Oh yeah, nimmt sich alle drei. Nein, Jan, da wirst du sterben, wenn du da jetzt so johle bist. Hör mal, spring echt so immer über mich weg. Ja, du bist weg. Das will ich nicht. Ah, was? Nein, der hat sich zu Pingu gemacht. Ich wollte gar nicht der Pingu sein. Oh, schlecht. Ah, nicht treffen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Oh Leute, die sind einfach... Uh, dang, das war echt total. Ah, ja, ja. Na. Na. Nicht. Ja. Ha. Äh, hier kommt mein R ist mit der Gamma. Naja, dann kommst du mit dem Peniswitch fein. Mit dem Peniswitch. Oh Gott. Huch. Lull bei. Savage. Oh Gott. Nein, da kommt nicht schnell. Ich muss da echt rüber und dann wieder hoch. Hallo, Budi. Hallo. Boah, wenn der jetzt nach unten fliegt. Dieses Arschkind, das war so klar. Mann, ey. Bye. Oh, ich komm wieder hoch. Hup. Hup. Warte auf mich. Bist du? Bye. Oh. Ich seh das nicht vor. Hup. 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 Oh, ich mach's schon mal kaputt. Ich bin super nett. Ich treff ihn nicht. Nein, ich würde keinem gemacht. B-b-b-b-b. Gmeh. Oh Gott. Wir müssen das ja nicht sein. Du musst das erst behalten, du. Also nur umhärsch, nur umhärsch. Yes. Okay, schon. Hä? Kam noch nicht... Oh Gott. Ich rech' nicht ganz schlecht. Kam hier nicht noch was anderes? Ah! Oh was? Das ist doch nur das NMP-Switch. Tron, tron. Ich wünsche mal wieder mehr in die Mitte, damit du vielleicht ein bisschen was krabben kannst. Hello, that's your come to my papa. Love it exactly. So, gib mir alles. Jetzt gib mir alles. So, geht er. Bip, 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 bip. Wintersound. Wieso, hörst du einfach? Oh. Genau, Wintersound. Nee, warte, warte. Hör mich hier rüber. Ich will mich einfach mal Hase sagen. Ja, ich geh da mal runter. Wow, sehr gut. Ja, ihr habt ja Batsche. Wir müssen da nochmal runterladen, ne? Ja, aber wollt ihr... Wie wir jetzt einfach alle gestorben werden, weil wir runtergesprungen werden. Er wollte sich das Ding hier holen. Ja, würd ich ja gerne, wenn man da hinkommt. Nee, guck doch nicht. Ihr hättet das doch eben holen können, oder nicht? Ja, du hast das rausgeschmissen. Nein, ich hab es nicht rausgeschmissen. Ja, weil das auf meinen Kopf gefallen ist, Mensch. Ja, war ja ein blöder Kerl. Kann ich auch super vorhin sehen. Move mal da als freut. Ich find das echt viel praktischer, so muss ich mich echt gar nicht bewegen. Ja, ja, mach mal. Oh, nee, Jan will ich echt nicht vertrauen. Das gibt nix. Hör mal, Jan schmeiß. Da werden bestimmt Items rausgekommen. Ja, ich kann nicht hin, weil Jan die ganze Zeit draufsteht und einfach nichts macht. Ja, wenn er sich nicht movt, dann kannst du auch nichts hören. Alles herzchein kommt. Nee, ich will nicht auf Jan's Kopf stehen. Ich hab eigentlich immer so ganz unplanbare Sachen. Da kommt alle mehr. Man hat das geschmissen. Ich bin echt immer mit der Maske nicht klein. Wie gesagt. Ja, von mir noch nicht in Ruhe. Ich bin dann schuld, ne? Ja. Oh Mann, da siehst du, es war Jan. Ha, ha. Oh Mann. Ja, können wir jetzt mal weiter kennen? Ja, wir müssen hier nur lang überleben. Boah. Girl. Oh Gott. Oh Gott. Nein, behalte es, behalte es, gebrochen es bestimmt. Oh Gott. Warte, hier war doch noch. Ja, das ist der andere Ausgang mit dem Peacewitch. Boah. Super, ich kann es gar nicht mehr mitnehmen. Hör mal, jetzt geh doch. Ich kann das mit dem Teil nicht machen. Ja. Das heißt, man muss das Level nochmal machen, wenn der Peacewitch geht. Das ist ja super anstrengend. Nee, das kann man auch. Das braucht kein Mensch. Dann schaffen wir noch mehr in einem Part. Nehmen wir alles. Ja, aber die wollen wir ja dann nicht im Part machen. Das ist ja super. Ha. Ach Mann. Blöde. Okay. Ich bitte schützt. Be be beer. Oh yeah. Wo sind da bitte sie ganz in München? Wäsch. Hä, aber wir haben die doch nicht verpasst. Nee, eine haben wir jetzt, konnten wir nicht mit dem Pus-putsch, aber die andere haben wir echt bestimmt irgendwo bei sie. Ach, ich glaube, da hätten wir bei der Seite irgendwo in eine Rübe reinmissen. Ja. Das haben wir vergessen. Be b 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 b. Ja. Nein. Also, tschuldig. Hä? Dann war es irgendwo anders, wenn der Spinnen kann. Ah, das geht schon. Ach nee, warte, dann geht es hier weiter. Hier sind aber nicht zwei auf einmal, oder? Doch, ich glaube schon. Ich mein, so war das. Ich hab'n das. Schnell! Nein! So, nee, das ist Jan echt nicht. Bibi. Nein. Ach, hör mal, Jan, das war super unnötig. Guck, jetzt krieg ich mich. Nee, einfach sterben. Ist echt so, ich nehm' nicht die Scheiße von Jan. Der wäre alles zerstört. Bibi. Ciao. Ja, bitte. Ja, bitte. Oh Gott, oh. Wo bin ich? Ich seh' mich nicht. Oh, hi. Ah, ich muss weg von dir. Boah, wenn Jan das jetzt genommen hätte, dann wär' er einfach live abgefragt gewesen. Hilfe, oh Gott. Ich geh einfach mal am Rand vorbei. Hä, warte, ich hab' doch geschüttelt. Bye. Ah, warum habst du mir die anderen auf den Kopf? Hab' ich keinen. Taub' alle. Oh, meine Nase hüpft schon wieder. Tja, muss er jetzt sterben. Puff. Ja klar, mach' mich klein und schmeiß' mich in den Tod. Super nett von dir. Sorry. Geh' rein, geh' rein. Geh' rein, die. Hä? Kenne ich nicht. Ab in den Urlaub, ey. Was du laberst. Oh, wow. Jetzt krieg's echt niemand. Bye. Oh, ich helf doch mal. Pfff. Ohne Witz. Werd' wilde. Sorry. Sorry. Aber nimm bitte nicht alle. Boah, ey, immer dieselbe Scheiße. Wieso du Scheiße? Ich geh' einfach weiter, ich töte euch alle. Klar, das ist scheißegal. Tschüss. Naja, ich schaff's trotzdem alles. Das ist irgendwie direkt. Nein, stopp! Wow. Schrie' mir noch ein bisschen. Okay, spring gern. Hey, warum wirfst du den denn nicht? Ha? Hä, du brauchst den doch sonst nicht. Doch, warte. Jetzt. Oh, jetzt haben wir den Pingu nicht. Ja, der kommt doch jetzt hier wieder raus. Ah, ne stimmt, der kommt bei Stich raus. Nee, ich glaub' hier kommt Pingu raus. Ja, müsste eigentlich. Pingu! Boah, ich hasse das. Das war intense. Ich hasse einfach immer, wie das wie das so stehen bleiben muss, wenn einer ein Item nimmt. Weil dann ist immer diese Verzögerung. Und das ist der kleine Bug, in dem du dann dauernd abfuckst. Mhm, das ist echt so. True, true, true. Alles, was man nachmachen muss. Das ist halt super. Du musst das Butt-Ding machen. Butt-Ding? So ein Butt-Ding. So ein Butt-Ding. Butt mit T. Mit G. Blup, blup. Danke. Ich hab nichts gemacht und hab selber reingefallen. Es ist immer Jan und immer Leine. Ja, Jan. Hör mal, da kann ich jetzt echt nicht. Hilfe. Oh nein, da kommt die Bitch Bella. Die Bitch Bella, have my money, Bella. Hallo. Was wollt ihr hier oben? Hi, mein Friends. Fehlst der Mingeln? Hi. Schmeiß mich erst mal runter. Warte. Warte, hier ist bestimmt was Geiles. Warte. Warte, 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 warte. Nein, jetzt gar nichts. Komm mal. Oh, lala. Das ist super easy. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich müssen wir die alle aufspringen. Nein, du musst die aufspringen. 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 Du musst die da unten und musst die da so genau dran explodieren lassen. Nein, ich will das nicht machen, Mann. Ich hatte den geilen Pinguin. Das ist nicht kaputt gemacht. Ich weiß. Nein, du musst mich jetzt bei einer rüber zu kommen. Schnell, der... Ja, gönn dir hart. In dein Ass. Aber... Das ist echt gewandert. Wir brauchen hier die Bombe. Kannst du mal heute noch eine runterholen? Was nicht? Komm, aber... Ich wollte dich nur da rüberwerfen. Ich weiß nicht, was du für... Kann ja jetzt nicht mal jemand einfrieren, du? Puff! Komm, du musst du... Du hast nichts mit dir lassen. Hey, Mann, was springst du denn schon wieder drauf? Was ist das nicht? Könnt ihr mal auf... Oh mein Gott, jetzt... Ja, genau. Jetzt geht doch weg! Ich weiß doch mal! Geh doch einfach! Oh mein Gott, der hat's echt nicht drauf. Ich weiß nicht, dass wir das mal machen. Ja, mach doch! Ich weiß nicht, dass wir das mal machen. Ja, mach doch! Mach doch! Ist doch egal! Hier ist schon Stimme mega im Weg. Ja, ihr könnt es echt nicht. Ja, ihr wart im Weg, ihr wart im Weg. Ja, ja, total. Wer für ihn? Guck mal, das ist Millimeterabhängig. The perfect position! Ja, du... Daph... Nein! Daphne! Nein! Daphne! 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 Ja, du gerade so... Daph... Daph... Daphne, das! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Muss ich wieder einen mitnehmen, oder? Nein, jetzt rutschen wir hier drauf. Da bin ich nicht mehr einig. Also, ich bin schon einig. Oh nein, ich glaube, wir hätten wir in der Explosion gebraucht, damit da oben an die Minute... Ja, das meinte ich gerade auch. Oh, um es rumstehen... HAAH! Nein, ich will nicht von dir geöffnet werden! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Jan, stopp nicht! Hör mal! Oh mein Gott! Du musst jetzt springen! Jump! Boah, ich dachte, man wird nie mehr gerettet! Oh, jetzt musst du dich beeilen! Jump rüber! Ah! Oh Gott! Ah! Danke! Gerl gesehn! Nee, eigentlich schon was, aber okay. No time for this! Ich spring mal hier rein! Hör mal, Jan, das war super-dium, weil wir da jetzt echt nicht dran kommen! Hör mal! Oh Gott, das ist zu dritt immer so die Hölle, ey! Hör mal! Jan, beweg dich! Mann, ey! Oh Gott, ey! Immer das zu helfen! Hör mal, Jan, gönnst du dir einfach dieses Level ab, was ich mir da gerade freigeschalten hab! Blöde! Geh mal da hin! Geh mal da hin! Geh mal da hin! Geh mal da hin! Dann musst du ranrutschen, dann kommt ein Level ab raus! Und... Jan, geh weg! Du doch nicht! Du hast nicht den Pinguin! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Jaaa! Hör mal! Ohhhh! Wer hätte es? Hör mal! Geh mal! Ich seh den Jan echt gar nicht! Vor allem nicht so, ich seh den nicht, sondern ich seh den nicht! Ja, in der Kamera! Ach nee, das ist der Superbumserball, ne? Ja, der wird jetzt groß! Der Superbumser! Der Superbumser! Der Superbumser! B-b-b-b-b-bii! Aber was ist dem da passiert? Der hat best bliin dich! Der hat jetzt ersten Narbe! Und dann ist ein Nasenröscher! Hä hä? Warum Select denn bitte seitles? Hä? Nein, die ist toppings auf seine Schnauze nicht! Na, aber doch die. B-b-b-b... Oh, wir müssen das echt gleich machen, bevor der Dirw Jay wieder kommt. Der denominator wird noch zu bisher zum Plастиkern. Der kommt vor noch mal hin! Ah nee, warte, der kommt da hoch! Jetzt aber. Yes Sehr gut Alles bueno gemacht! Wir machen die folded Falls Hole hier irgendwo schon etwas Pat! Was ist das? Jetzt einfach nichts mehr gesagt, weil die anderen gestorben sind. Puff. Ah! Ah! Der hat gespielt! Alle missbrauchen sie mich. In jedem Endlevel hatte jetzt jeweils einer von uns den Schlüssel. Und wir stehen einfach nur ineinander. Mit sich Junos' Face gar nicht. Aber der Toll sieht halt echt viel süßer aus mit dem Pinguinanzug. Schon. Ich finde den Toll dabei überhaupt nicht süß. Du bist ja auch nur ein Yoshi. Wollte grad sagen. Alles was er süß finden kann ist Yoshi. Er ist Yoshi-sexuell. Gerne gemacht. Kann ich nichts anderes zu sagen. Haben wir jetzt alle müssen schon freigeschaltet in der Welt? Ich glaub schon, oder? Nur in der zweiten hat uns in einem Level 1 gefehlt. Genau. Aber steht das noch nicht normalerweise? Ja, es kommt jetzt so. Oh yeah! Geil! Hallo! Ja, vielleicht irgendwie noch alle. Mal schauen. Oh ne, das ist so Wasserscheiße. Aber für den Pingu! Und deswegen gibt's noch ein Level, in dem man wieder klein werden kann. I love it. Sehr gut. Das ist das Girlie-Ding mit dem Gymnastiker-Sichtsa. Oh ne, das war voll scheiße immer. Mit der dabei. Hast gespeichert. Oh mein Gott. Ja okay, das nächste Mal im Spaßschluss nicht mehr. Oh Gott. Das ist klasse. Das ist echt, das ist das Level Raschen. Danke schön. Dankeschön. Ich wusste es. Gerade Eisis gemacht hat. Kann man nicht auch über Wasser so drüber? Nein. Ich bin bereit. Die sind Pingus! Heute die Pingus! Ja ich will doch, ich komm zur Show, ich bin zu vel. Ah, ich kicke noch so, okay. Hör mal, hat sich Jan gerade alles eingegangen? Nein, wir haben beide Gleichzeit ins Begungen. Ah, das ist die Storm. Aber das dauert mir echt schön zu lange. Baby! Wie der Pinguin hier so ganz langsam auf der Sicherheitskennung. Ach, der Assi-Fisch! Pass auf auf den Assi-Fisch! Guck mal, wie der hier hängt! Ja, genau. Ah! Was war da? Ich geh einfach weg! Bye! Da kommen jetzt wieder Pinguine raus, no time for us. Einfach alle eingesammelt. Bye! Oh Gott, Hilfe! Bye! Die haben so ein Bäm, Reit ins Fees. Jebsack! Ich hasse es, dass die Steuerung dann auf einmal anders ist. Ich muss nicht weiter. Ich weiß nämlich nicht, ob da noch was Geiles kommt. Nee. Nein! Ja, aber kriegt man hier nicht Neustand? Gönnt euch einfach hart! Warum krieg ich gar nichts mehr ab? Wir sind voll dumm, ey! Voll dumm! Gibt das Schiss? Ja, ich kann den nicht einfrieren. Ja, genau so, dass man überhaupt nicht dran vorbeikommt. Daumen hoch! Nein, stopp! Stopp! Warte! Die perfekte Stelle! Ah! Ja, der explodiert gleich schnell! Ist mir doch egal! Hab ich ja eh, schau! Du musst einfach noch hoch! Das braucht man doch echt nicht! Da kennt man auch voller Angst! Ihr macht doch! Oh! Das war einfach nicht so Stress! Boah, der hat einfach alles gekreift! Ja sicher! Sag du mal gar nichts! Kannst du die mal ein bisschen kaputt bashen! Lisse! Lalalala! Ihr müsst jetzt sterben! Oh mein! Ja super! Die sollten vielleicht auch runterfallen! Oh nein! Oh nein! Der Pinguuuu! Oh nein! Oh nein! Der Pinguuuu! Oh nein! Oh nein! Warte, war ich hier nicht unter den Fetten? Irgendwie war es hier! Das sieht so voll verdächtig aus! Ah! Nee! Oh warte! Ja! Ich fahr nicht runter! Just do it! Ja! Hach! So war! Voll cool! Doch, so drei Jahre muss das reingehen! Oh, super wunderschön! Okay, bye! Ich bin dann weg! Oh Gott! Da wurde ich echt gestorben! Da wurde ich echt gestorben! Ja! Accurate! Warte! Oh, nehme Schmerzen bei den ollen Filz! Hilfe! Mutti! Mutti! Ich brauch's noch drei Tage zum bremsen! Zum bremsen? Ja! Glockaun! Warum nimmst du überhaupt den Film? Warte, einfach noch mit dem! Oh mein Gott, ich hätte fast drinnen gingen. Warte, echt? Ja, du musst es danach einfrieren, weil du danach musst du da drauf springen, weil da ist das Secret. Aha, okay, schade. Jetzt schnell, ruf, ruf, danach kannst du nicht schnell. Diese. Was ist hier geheim? Ist hier geheim? Ja, super geheim. Schon wieder so drei Jahre sind Finger. Ach nee, warte, hier kann man dann noch von oben drauf springen. Ja. Oh ja, ich bin der erste... Kannst du nicht einfrieren? Ah! Nein! Äh! Ui, ich hätte echt noch... Ich hab echt 4.000 Punkte. Hauptsache, du bist da hochgesprungen und hast nicht mal das One-Up bekommen. Trash. Hä? Ach so. Der Jan. Der Jan. Wie ich immer die... Weil es ist super unmittelbar, weil hier krieg ich immer voll die Abdrücke. Gebt euch das! Abdrücke von diesem Tisch! Ja, sowas passiert nicht, wenn man die V-Mode unter dem Tisch hat. Ja, wenn ich hier unter meinem Tisch komme, dann hab ich Abdrücke vielleicht woanders. Oh nein! Oh nein! 22 Minuten. Oh nein! Okay, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefahren. Schreibt gerne was in die Kamis und wir sehen uns dann. Bye! Tschüss! Das Welcome denn. лю